Jo, hallo Leute, und willkommen zurück zu Friendship is Magic! Adies mal, seht ihr da ne 3, ne richtig geile 3, ne kleine, erzogene 3. Und wieder dabei ist so ein kleiner Knecht. So ein kleiner Knecht hier. Wieder dabei. Jo, dann lass uns mal weiter gehen. Was ist hier? Oh, das sieht gut aus. Das klingt einfach mal cool aus. Mit Musik? Hey, das brauche ich nicht. Hey! Oh. Ja, tu den mal hier drauf. Und jetzt tu den mal hier drauf. Hey! So. Wow. Okay, das klingt nix. Na, hier ist ein Schalter, komm, was passiert? Ja, was passiert? Ah, wir müssen beide hin. Okay, ich komm mal. Oh. Oh. Wenn du top drückst, dann siehst du meine Sicht, ne? Ja, ich weiß. Ähm. Warte mal. Hey, da hinten. Moment mal, warte mal, wie machen wir das jetzt? Wofür schief? Autsch! Ah, ich hab ne Idee. Ne, ich hab ne Idee. Was passiert? Warte mal. Äh. Guck mal. Guck mal auf meine Sicht. Was verändert sich? Da, ein Strahl. Ah, da hast du ein Laser. Aber hier bringt mir das nichts. Warte mal. Das muss runter irgendwie, siehst du das bei mir? Damit wir da den Laser machen können. Guck mal, was sich da machen lässt. Ah, hier. Das muss erst mal aufgehen. Ah. Kannst du mir irgendwie ein Portal schicken? Moment. So. Ah, der Würfel geht kaputt, glaub ich, oder? Andersrum, ich brauch den da raus, aber das geht ihm nicht. So. So. Such. Vicky, ah. Ja, scheiße. Moment mal. Mache mal weiter nach links. Äh. Warte mal das. Mache mal. Warte. du wirst krumm machen dass auf eine weiße fläche geht aber was ist passiert als wir die knöpfe gedrückt haben leo da ist das Ding hier runtergegangen warte mal ah ne das war ja der Würfel scheiße wollen wir nochmal machen Moment mal was ist das? Ach hier sind wir hergekommen aber da ist noch was warte mal da siehst du das? Ach logisch Alter ich weiß jetzt wie mach mal den Laser so wie ich eben gemacht habe dass der hier rauskommt und wirf den Würfel erstmal runter von mir also der draußen genau den danke ok jetzt schieß mal den Laser ouch ne ne so auf das Ding da hinter rechts von dir glaube ich links links jetzt was nein ganz links von dir jetzt links links rechts links da ja dass er da drauf geht so hinter dir dahin meinst du oder? da ist doch ein Kreis hinter dir genau da muss der Laser drauf gehen guck und jetzt meinst du? wenn du einр hier auf ja da ist positively was kann ich schon zu dir kommen jetzt hier ein knopf bleibt oder soll ich runter gehen jetzt musst du hier gehen kommen die andere hier wo der laser und so war weißt du da musst du jetzt hingehen weil da verschwindet für kurze Zeit diese Tür diese so jetzt musst du durchlaufen ganz schnell okay geschafft so jetzt haben wir drei Würfel warte mal kurz gerade ich wollte ich darum einsperren hey Hey, das war mein Willfeld. Ja, das war mein Willfeld. Hey, du schaffst. Hey, komm mal kurz. 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 Man kriegt eine Errungenschaft, wenn man dreimal gewinnt. Ja, gewinnt erstmal drei mal. Einmal muss man gewinnen. Ja, einmal gewinnen auch. Los. 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 Oh. Keiner. Das hast du mich gemacht. Okay, machen wir das nächste Mal. So Leute, das war's. Friendship is Magic 3. Friendship is Magic. Den ersten Teil haben wir irgendwie nicht gefunden. Also, keine Ahnung, was da mit dem los war. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao, ciao. Ciao.